Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Reaction-Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns mal weitere Kreaturen aus dem Project Playtime-Spiel an. Dieses Spiel kommt bald raus, Leute. Ich bin sehr, sehr gehypt. Checkt es unbedingt auf meinem Hauptkanal aus. Am 7. Dezember kommt das Video dazu. Aber ja, 6. Dezember kommt es raus an Nikolaus. Was gibt es einen perfekteren Zeitpunkt als das? Und wir gucken uns heute mal an. Einer hat bereits, Leute, die Boxy Boo-Skulptur aus diesem Spiel nachgebaut in Real Life. Wir gucken uns das an. Ich würde sagen, let's go, Leute, mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und let's go. Yeah, Alter. Oh mein Gott. Alter, warte mal kurz. Dieser Trailer ist erst seit 4 Tagen oder so draußen. Wie kann er jetzt schon eine Skulptur 1 zu 1 nachgebaut haben? Das gibt es doch nicht. Oh. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon wirklich krass. Also, er macht erst mal ein 3D-Model draus. Okay, hier müssten wir, glaube ich, andere Musik einfügen. Aber er macht ein eigenes Modell daraus und er zeichnet, ich glaube, Leute, was das Ganze ist mit diesen Schatten. Also, warum sind hier solche Schatten-Dinger? Entweder ist das für die Textur oder es ist eine Alpha-Maske oder so. Und das zeigt Tiefe an. Was heißt, wenn es dunkel ist, ist es hinten. Und wenn es vorne ist, ist es hell. Es könnte sein. Es könnte sein. Aber ich glaube, so macht er das. Ah ja, er macht... Doch, 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 doch. Das zeigt Tiefe an. Seht ihr? Also, das Dunkle stellt einen Schatten dar. Und er macht das Objekt gerade in 3D-Modeln. Also, er macht erst die Box, wo da drin ist. Und genau, da ist er dann drin. So sieht das Modell dann am Ende aus. Schon mal sehr nice. Druckt er das dann in 3D, ist die Frage. Also, das ist ja mal geil. Ich würde auch gerne sowas können. Ah, ich kenne das Programm. Äh, ihr habt den Namen nur vergessen. Wer ist dieses Programm nochmal, womit man 3D-Sachen machen kann? Maya? War das Maya? Ich weiß es nicht. Aber, jo, das ist schon krass, wie detailliert er das macht. Am Ende ist die Frage, kriegt der 3D-Drucker das hin? Und jetzt kommt so Stacheln, die abstehen. Also, ihr könnt ja bei 3D-Druck nicht alles Mögliche 1 zu 1 so nachbauen wie er. Das ist nicht ganz möglich. Weil du kannst ja nicht die kleinsten Strukturen machen. Aber, jo, er macht die Zähne. Das heißt, wir skippen jetzt mal ein bisschen nach vorne und schauen uns an. So hat er die Feldstruktur hinbekommen. Jetzt macht er die Federn. Und wir wissen natürlich, Leute, der macht sie ja wohl aus Plastik. Oder er nimmt tatsächlich Metallfedern. Aber ich glaube, für so ein Modell wird er das alles in 3D drucken. Und dann sind wir hier weiter. Und, ja, dann macht er jetzt die Finger. Kopiert sie einfach 1 zu 1. Ah, 4 Finger, Leute. Wir wissen, Cartoon-Figuren haben immer 4 Finger. Und nicht 3, äh, 5. Oha! Okay. Also ich finde, das 3D-Modell, dass er das selber gemacht hat, ne? Das ist kein runtergeladenes Modell. Wirklich heftig. Wirklich heftig. Ja. By the way, eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Das ist ja so ein Monster, ne? Das frisst ja, guck mal. Das frisst ja Kreaturen auf. Oh mein Gott, ich muss gleich lesen. Das frisst ja Kreaturen auf, nicht wahr? Wenn es ja so einen Mund hat und Kreaturen auffrisst, gehen dann die Essensstücke durch diesen Schlauch durch? Oder hier durch? Rein in die Box? Oder wie isst er die auf? Kommt, nimmt er die einfach und steckt sie in die Box? Wie macht er das? Oh, und jetzt farbiert er die. Farbiert er. Er farbiert die Dinger. Ja, genau. Er macht sie jetzt farblich. Ah, ja. Genau. Okay. Falls ihr euch jetzt fragt, was macht er da? Ich glaube, das sind Stützen, äh, um das Teil beim 3D-Druck abzustützen. Weil ihr könnt natürlich nicht die Schwerkraft außer Kraft setzen. Und er muss diese Stützen draufstellen, damit die Skulptur beim Drucken nicht umkippt, sich verbiegt, verstellt. Und er macht die ganzen Teile draufdrucken. So würde er dann den Prozess sehen, analysiert es, tut es in den 3D-Druck. Alter, das war laut. Und dann macht er folgendes. Also, wir sehen, Style arbeitet. Es hat die Teile schon fertig. Wait, was ist denn das für ein 3D-Drucker? Den kann ich ja noch nicht. Ist das so ein Laser? Weil der, 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 der hat das ja in der Flüssigkeit getan. Das ist ja eine interessante Art des 3D-Drucks. Unter so einer, so, 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 so einer Wanne. Ja, die sehen dadurch viel besser aus. Yo. Okay, und jetzt macht er, ich weiß nicht, was er macht. Ich hab keine Ahnung. Ultraschall? Ist das Ultraschall? Ich hab keine Ahnung. Er macht das Zeug weich? Was macht er damit? Weiß ich nicht. Wir werden's sehen. Also, ja. Ähm. Die Teile sind jetzt... Oder sind sie gefestigt? Das kann auch sein. Die sind jetzt fest. Naja. Okay, aber er hat sie immer noch auf diesen Stanzen drauf. So, removing support. Also Leute, support ist kein Mord. Jetzt macht er die Dinger ab. Und er schneidet sie ab, weil... Ja, oder er klippt sie. Ja, er kann sie einfach abklippen. Ja, genau. Ja, genau. Das macht er ganz entspannt. Das ist voll die gute Qualität, ne? Voll die gute Qualität. Yo. Das Coole ist, bei solchen 3D-gedruckten Sachen... Ihr kennt's ja normalerweise, wenn ihr Plastik-Sachen habt. Egal, ob's eine UI-Verpackung ist oder Lego oder was weiß ich. Es gibt immer so eine Art Punkt. So einen Abtrennpunkt. Das ist dann der sogenannte Angusspunkt. Ich habe das Gefühl, bei dieser Art des 3D-Drucks sieht man das fast nicht. Also es gibt bestimmt immer einen Spot, wo du siehst, aha, da ist so eine kleine Stütze gewesen. Aber ich glaube, man sieht davon fast nicht viel. Und diese 3D-Drucksachen, die dieser 3D-Drucker hinkriegt, die sind ja richtig krass. Okay, Cure the Prince. Ah, ihr könnt's nicht lesen. Also Leute, was steht da unten? Da steht Cure the Prince. Also heile die Drucke. Heile? Heilung? Na, ich weiß nicht. Vielleicht vorbereiten. Work Surface. Wow, guck mal die Details. Ah, er mattiert das Ganze, glaube ich. Oder? Ja, das ist so Sandpapier, oder? Er macht die Zähne vielleicht ein bisschen matter. Ich habe keine Ahnung, was er da drauf macht. Ja, doch, das wirkt ein bisschen matter. Ja, er entfernt den Glanz. Die Kurbel sollte auch vielleicht ein bisschen rauer sein. Dass da so ein kleiner Widerstand ist. Das soll ja nicht quietschen. Und jetzt... Oh, er malt das alles mit Hand an. Ich hatte einen kleinen, kleinen Minifehler. Aber der macht ja noch hier den gelben Stern drauf. Also, genau. Erst die Grundierung. Ach, Grundierung. Das ist die Grundierung. Ähm. Erst... Ja, genau. Und dann malt er den Stern drauf. Boah. Boah. Ich liebe solche Handarbeit, Leute. Das fehlt so in heutigen Zeiten. Wisst ihr, es... 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 Ja, hier ist wieder klein vermalt. Aber das ist kein Problem. Wir können ja nochmal drüber malen. Das fehlt mir so in heutigen Zeiten, dass Leute einfach was von Hand machen. Und... Ich weiß nicht, aber mich wird es schon jucken, so 3D-Druck zu machen. Aber das Ding ist... Leute, ich habe keine Zeit. Wirklich. Ich habe keine Zeit. Ich mache YouTube hauptberuflich und so. Würde auch gerne so eine Art Hobby machen. Aber ey, das ist mein Hobby. Das ist das, was ich mache. Ich reagiere auf ein Video. Nein, aber das ist schon... Das ist schon cool. Also... Ja... Ich bin künstlerisch überhaupt nicht gut begabt. Also, ich bin eher so der technische Typ. Null mit Design. Also, ich probiere gerne so perfektionistisch zu sein. So, wenn es um Sachen geht. Aber... Ich glaube, die Box... Oh, guckt euch das mal an. Seht mal... Schaut euch mal die schöne Struktur auf dem Fell an. Sieht so richtig... Es ist flauschig sieht es aus. Es ist nicht matt, aber es sieht so ein bisschen flauschig aus. Ah, hier gibt es kleine Schwierigkeiten. Hier gibt es kleine Schwierigkeiten. Die Farbe haftet nicht überall drauf. Auf dieser rauen Fläche gibt es viele Lücken. Das heißt, er muss ihr mehrmals drüber streichen. Aber das kann an Struktur dadurch verlieren. Er hat es, glaube ich, in... So in der Art... So in der Tat hat er das hinbekommen. Ja... 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 Das sieht gut aus. Hochglanz. Schwarz. Und hier in dem Inneren... Oha, guck mal, wie schön das abgetrocknet ist. Das ist schön matt. Das sieht aus wie so ein... So ein Ditto-Pokémon. Oder wie so ein Kaugummi. Sieht aus wie so ein Kaugummi. Ja, hier seht ihr jetzt, dass es ein bisschen schwierig haftet. Aber wenn man oft genug drüber streichen, genug Farbe benutzt, dann kriegt er das hin. Warte mal. Ah, das ist die Unterseite. Hm, die Unterseite. Junge, so viel Arbeit, Leute. So viel Arbeit. Wahnsinn. Äh. Okay, er macht es... Äh, Alter. Das sieht aus wie beim Zahnarzt, so. Ja, Mann, wir machen jetzt ein bisschen Vaseline drauf. Hier und da. Äh, das sieht schon weird aus. Aber es soll ja realistisch aussehen. So schleimig. Äh. Er hat ja keine Zunge, ne? Wahrscheinlich. Oh, oh, da triggert mich was. Da triggert mich was. Da triggert mich was. Hier ganz klein, die kleine Spitze. Das... Ah, das kriegt er doch noch weiß hin, oder? Nein! Der hat es übersehen. Ich werde doch auf ein Auge blicken beim fertigen Modell. So, Leute. Dann skippen wir mal ein bisschen. Wir machen mal, weißt du was? Wir machen mal doppelte Geschwindigkeit. Fast. Wir erhöhen jetzt mal das Tempo. Und schauen mal, wie schnell er das macht. Oh, guck mal. Sieht immer sehr schön aus, wenn es fast fertig ist. Am schönsten natürlich, wenn es fertig ist. Ah. Oh, Junge. Mir ist gar nicht aufgefallen, der Handschuh, Leute. Der arme Handschuh. Und jetzt steckt er das und klebt es zusammen. Oh. Junge, so schnell geht das. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich, Leute, in normaler Geschwindigkeit an, wie das Ganze dann aussieht. Also. Und jetzt gucken wir uns mal die Box an, Leute. Und wir haben sie. Da ist er. Wie heißt er nochmal? Boxybu? Boxydu? 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 Jo. Der ist krass. Der ist schon heftig gemacht. Klar, so ein bisschen Farbe, was hier und da ist. Aber ey. Ist der Zahn fertig? Ich guck mal nach unten, Leute, ob der Zahn da... Ich glaub hier. Da. Da die Spitze, Leute. Hier. Da ist noch rot. Aber ja. Guckt euch mal an. Das ist so schön gemacht, ne? Was wäre so etwas wert? Das nicht allein Material wert? Aufwand. Nach Stunden. 2000 Euro? 2000 Euro vielleicht? Könnte hinkommen. Aber ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, es ist mehr, Leute. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr. Aber ja. Wirklich nice Figur. Wirklich richtig, richtig schön gemacht. Also wirklich. JH Figure Maker Props to you. Amazing job. Fantastisch. Also heftige Qualität. Und ja. Schön. Ich überlege mir gerade, was könnte er was für mich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten könnte. Also ja. Ich habe, Leute, gerade kein Geld mehr. Also ich sage noch nicht, was es ist. Aber ich habe mir was zugelegt. Ich werde dazu, am Ende des Jahres ein Video auf meinem Hauptkanal zu machen. Also für die Leute, die jetzt bis zum Ende geguckt haben. Schreibt mal ganz kurz Apfel in die Kommentare. Schreibt mal einfach Apfel in die Kommentare. Das hat nichts mit der Investition zu tun. Aber einfach schreibt mal kurz Apfel in die Kommentare. Und ihr wisst Bescheid. Ende des Jahres kommt ein Real Talk auf meinem Hauptkanal. Das ist sehr wichtig, Leute. Schaut da gerne rein. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ciao.